Musik Wenn ihr mal gestartet, spreche ich euch in der Du-Form. Ich möchte mich bedanken für die Einladung und meinen Eindruck, den ich habe. Nicht nur von dieser letzten Stunde, dank der Gudrun Knorek, sondern auch von der Energie, die ich hier spüre und von dieser Aura, die hier ausgestrahlt wird. Da bin ich wirklich beeindruckt, das meine ich ehrlich. Und man tut sich als Vortragender immer schwerer als Referent, wie steigt man ein, wie schafft man dieses sogenannte Mind Opening, weil für den ersten Eindruck gibt es ja bekanntlich keine zweite Chance. Und da nimmt man in der Regel entweder ein Zitat oder sonst irgendwas. Ich habe mir überlegt, das was vorhin die Gudrun Knorek uns erzählt hat, hat mich an jemanden erinnert. Das war ein Brite. Der hat in den 30er Jahren nach der großen Depression die Lösung gefunden für die Wirtschaftskrise. Das war der John Maynard Keynes. Vielleicht wird ihn der eine oder der andere kennen. Es gibt ja heute noch keynesianische Investmentbanken oder die nach der keynesianischen Theorie arbeiten. Also der Keynes, nur um das zu erklären, war der, der nach der großen Wirtschaftskrise die Theorie platziert hat, dass es besser ist, so wie es der Kreisky gesagt hat, ein paar Milliarden Schulden zu machen, als ein paar tausend Arbeitslose mehr zu haben. Das heißt, dieses Defizitspending. Der Keynes war der, der gesagt hat, dass in Grenzbereichen der Staat einspringen muss. Aber er ist aufgefallen, und das ist jetzt für mich die Brücke, deswegen habe ich das Zitat. Er ist mir jetzt eingefallen, nachdem die Gudrun Knorek vorhin eine Stunde zu euch gesprochen hat. Und der Keynes hat einmal gesagt, nichts ist irrationaler als eine rationale Erklärung in einer irrationalen Welt. Und wenn man sich diese Strohmann-Geschichten da anhört, dann ist man ja im ersten Moment wirklich verwirrt. Was heißt das? Geburtsurkunde, Strohmann, da tut man sich ja schwer. Und mein Themenbereich spielt da deswegen hinein, weil diese Strohmann-Geschichte mit diesen Geburtsurkunden und mit dieser Wir sind freier Mensch und das ist nur die Person, hat ja einen historischen Hintergrund. Das ist ja nicht so, dass das zufällig passiert ist, weil der Ausgangspunkt davon ist eigentlich eine Notstandssituation gewesen, die wir im 17. Jahrhundert hatten. Und wir wissen ja, dass nach dem viktorianischen Zeitalter das britische Empire mehr als 20% der gesamten Weltbevölkerung zu dieser Zeit unter seiner Kontrolle gehabt hat. Und damals hatte halt der britische König das Problem, dass er diejenigen, die verstorben sind auf See, in Kämpfen oder durch Epidemien, die wir damals hatten, sei es jetzt die Pest, die Cholera, Typhus oder andere Dinge, dass er nicht mehr erfassen konnte in seinem Register, wer eigentlich noch lebt und wer nicht lebt. Und das hat damals die Leute auf die Idee gebracht, dass sie das ganz simpel lösen. Nämlich insofern, dass sie sagen, naja, jeder der auf die Welt kommt, erhält eine Geburtsurkunde. Da steht dann ein Name oben, den die Eltern mehr oder minder vorgeben. Und diese Geburtsurkunde, die wird registriert im Staat. Das war so der erste Schritt, den der britische König damals unternommen hat. Und der Grund war eben der, dass er gesagt hat, na wenn ich in Zukunft einen Bürger habe, mit dem ich als Behörde eine Amtshandlung durchführe, dann will ich feststellen, ob der jetzt tot ist oder ob der lebt. Und das ist das, was die Gudrun vorhin mit dieser Stroman-Geschichte erzählt hat. Weil das Empire ist auf die Idee gekommen zu sagen, die Geburtsurkunde ist in Wahrheit ein Totenschein und solange niemand kommt und bestätigt, dass er derjenige ist, der da oben steht, ist der tot. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja der bin ich, der Hermann Mayer oder der Günter Schmidt, aha, dann bist du der. Das heißt, man hat im 17. Jahrhundert aus einer Notstandssituation heraus ein bürgerliches Erfassungssystem konstituiert, mit der man ständig immer nur durch die Bestätigung von der lebenden Person, dass es sich um denjenigen handelt, er also nicht tot ist, mit dem ein Rechtsgeschäft machen konnte. Und natürlich auch auf ihn in irgendeiner Form, so wie es die Gudrun mit der Polizei erlebt hat, Einfluss nehmen konnte, auf seinen Willen, in Einschüchtern konnte. Also das ist die historische Entstehung. Dieser Act nennt sich Sestui-Kivie-Act. Der erste war im Jahr 1666 und der zweite im Jahr 1707. Und jetzt muss man sich aber die Folgewirkung vorstellen. Und da kommt jetzt meine Geschichte mit den Bangs dann hinein. Weil die Epoche, in der wir leben, ist keine Epoche der Bugs-Amerikaner, also das Zeitalter des Friedens. Die Epoche ist auch keine der Israelis und der Palästinenser. Es ist auch kein Zeitalter der Information oder der Modernisierung oder was auch immer man jetzt da finden will, der Systemkonfrontation zwischen den Kommunisten und zwischen den Kapitalisten. Nein, wir leben seit 250 Jahren in einem Zeitalter, das ich als die Age of Rothschild bezeichnen möchte. Es ist das Zeitalter der Rothschilds. Und da werden einige jetzt natürlich grauen und grinsen und lagen. Ja, den Namen haben wir schon einmal gehört. Aber wer weiß, dass der Rothschild die EU gegründet hat. Wer weiß, dass der Euro auf die Idee vom Rothschild zurückzuführen ist. Wer weiß, dass der ganze internationale Währungsfonds vom Rothschild gegründet wurde. Wer weiß, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich vom Rothschild gegründet wurde. Wer weiß, dass jeder NATO-Generalsekretär seit der Gründung der NATO ein Rothschild-Mann war. Der kann sich ungefähr eine Vorstellung davon machen, in was für einem Zeitalter wir leben. Weil es ist wurscht, ob sie jetzt einen Lord Carrington oder ob sie einen jetzt aktuellen Rasmussen hernehmen, einen Dänern. Das sind Leute, die aus einer Rothschild-Gruppe kommen. Diese Rothschild-Gruppe nennt sich in Europa, ist eh recht bekannt, die Bilderberger. Die Bilderberger sind in einem Hotel namens Bilderberg gegründet worden. Und allein 1955, es gibt Protokolle von diesen Sitzungen, gab es schon die Idee vom Euro und von der EU. Und jetzt raten Sie mal, 1957, was dann gegründet worden ist in Rom. Die Europäische Union. Auf Geheiß eines Bankers. Jetzt spielt wieder die Geschichte von der Gudrun Knorek hinein. Weil dieser Banker, dem ist es nämlich gelungen, ab dem Jahr, ab dem, sagen wir mal so, Beginn des 20. Jahrhunderts, alle unsere Regierungen, inklusive auch der Kirche und dieser Institutionen, dazu zu bringen, dass unsere Geburtsurkunden von den Personen, die auf unseren Namen ausgestellt sind, die aber nur Personen sind, als Bürgschaft hinterlegt werden beim Internationalen Währungsfonds und der diese Bürgschaft weitergibt und die Bank verhindert, zahlungsaufgleich. Das betrifft über eineinhalb Milliarden Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Warum hat man das so gemacht? Ich kann es Ihnen nicht wörtlich sagen, aber der Edward Mandel House war es, dass er einerseits eine Idee gehabt hat, und zwar war das 1914. Und wenn Sie wissen, 1913 ist ja die amerikanische Zentralbank, die wir heute kennen, gegründet worden, die Federal Reserve Bank. Und zwar deswegen, weil der Präsident Woodrow Wilson, der damals Präsident war, auch ein Mann vom Rothschild war. Und Sie werden es lachen, in dieser Zeit ist so viel passiert, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und danach, dass man das heute in einem ganz anderen Zusammenhang sieht. Weil beispielsweise in dieser Zeit auch der Rothschild vom britischen Außenminister die Rückgabe von Palästina verlangt hat. 1917 ist diese Rückgabe im sogenannten Balfour-Act unterschrieben worden. Das war Lord Arthur Balfour, war damals der britische Außenminister, hat dem Rothschild das Versprechen gegeben, ihn Palästina zurückzugeben. Unter der Bedingung, dass der Rothschild Amerika in den Ersten Weltkrieg einsteigen lässt. Das hat er dann 1917 gemacht. Weil unter dem Befehl von Woodrow Wilson ist ja dann Amerika 1917 auch in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Und dort kommt jetzt dieses Spiel mit diesem Strohmann hinein. Weil von dort weg, von 1913, wo der Rothschild nach ungefähr 50 Jahren Pause sein neues US-Zentralbankgesetz errichtet hat, es ihm gelungen ist, ein Fundament zu errichten, mit dem er dann später, 30, 40, 50 Jahre später, das haben dann seine Nachfolger und die Söhne gemacht, die UNO gegründet hat, eine Menschenrechtskonvention formulieren hat lassen, eben die NATO gegründet hat, in weiterer Folge dann den Internationalen Währungsfonds, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Also, wir haben gar keine Vorstellung, das sind keine Institutionen, die jetzt behördliche Einrichtungen sind, die erfunden worden sind, aufgrund der historischen Begebenheiten. Das sind Institutionen, die schon über 100 Jahre vorher geplant waren. Und aus solchen Protokollen von den ersten Bilderberg-Sitzungen weiß man heute, dass der Euro und diese Ideen, die wir heute umgesetzt sehen, damals auch schon geplant wurden. Der springende Punkt mit dieser Strommangeschichte ist allerdings der, dass der Rothschild über 200 Jahre, aber stellen Sie sich Folgendes vor, wenn Sie die Kontrolle haben über die Bank of England, dann haben Sie die Kontrolle über die Geldversorgung eines Weltreichs, seit dem 18. Jahrhundert. Und das hatte er. Jetzt stellen Sie sich das vor, auf welcher Grundlage er zu Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich gearbeitet hat, weil sein einziges Ziel konnte nur darin bestehen, wieder die Kontrolle über die Geldversorgung in Amerika zu gewinnen. Und da gibt es so interessante Zitate, weil diese Kongressabstimmung, die ist ja so abgelaufen, dass ja zwei Drittel der Kongressabgeordneten gar nicht da waren. Das war eine Abendentscheidung am 23. Dezember des Jahres 1913, wo ja gar niemand mehr da war, weil er am Vorweihnachtsabend hat keiner Interesse, so ein Gesetz zu beschließen. Es ist aber beschlossen worden, und der Charles Lindbergh Senior, also der Vater vom damaligen Atlantiküberquerer, hat ja unheimlich gewettert. Und er hat gesagt, das ist das größte Verbrechen in der amerikanischen Geschichte. Wir sitzen heute oder stehen heute da, 100 Jahre später, und überlegen, warum sagt er das? Was meint er damit? Ja, da müssen wir weiter zurückblicken. Und wenn wir weiter zurückblicken, kommen wir drauf, dass der Abraham Lincoln diese Konfrontation mit dem Rothschild auch gehabt hatte, weil der Rothschild hatte, seit er nach Amerika gegangen ist. Das war mit Washington und mit Jefferson, zu der Zeit, wo der Alexander Hamilton war sein damaliger Finanzminister, oder mehr oder minder war ein Rothschild-Mann, aber in der ersten Regierung von Washington der Finanzminister für acht Jahre, war ein Rothschild-Mann. Und der hat dem Rothschild die Möglichkeit gegeben, in Amerika die erste Zentralbank zu sein. Und der Washington und der Jefferson haben schon nach einigen Jahren festgestellt, dass diese Zinsen, die der da verlangt, eigentlich wucher sind. Und so sind dann auch Aussagen entstanden von einem Jefferson, der das System ja auch dann durchschaut hat, weil man hat es diesen Leuten dann ja auch erklärt, gekommen, dass er gesagt hat, ich wünschte, ich könnte einen Zusatz in der US-Verfassung hineinnehmen, dass keine Regierung in Zukunft sich Geld leiden darf von Banken. Das hat ja einen Grund. Aber wissen Sie, wenn Sie immer im Hintergrund arbeiten und nie vorne stehen, weder auf den Titelblättern, noch in den Medien, noch im Fernsehen, noch bei Fernsehdiskussionen oder sonst irgendwas, aber im Hintergrund auf etwas draufgekommen sind, dann können Sie alle unter der Kontrolle halten. Und das geht nun mal nicht grundlos, weil der Rothschild hat seinerzeit ja auch gesagt, erlaubt mir das Recht, die Geldversorgung von einer Nation oder von einer Union zu bekommen und mir ist egal, wer die Gesetze macht. Es ist auch egal. Der Rothschild ist ja vorhin draufgekommen. Er hat gesehen, dass die Staatsfinanzierung, und das hat er den Fugger so abgeschaut, weil das waren seine Vorgänger in Deutschland, die Familie Fugger, er hat gesehen, dass das Bankgeschäft am rentabelsten dann ist, wenn sich Staaten bei ihm verschulden und nicht einzelne Handelsleute, Kaufleute oder Bürger. Den Privatkredit wird es ja damals nicht gegeben, der ist ja erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgekommen, der sogenannte Konsumkredit. Kauft er eine Waschmaschine oder die neue Einrichtung oder dieses. Vorher gab es ja nur die Staaten und der Rothschild ist draufgekommen, dass wenn man einen Staat verschuldet und die Regierung dazu verpflichtet, dann kriegt man eigentlich immer das Geld zurück. Und zwar deswegen, weil genau das mit dieser Bürgschaft passiert ist. Und so ist er 1913 auf die Idee gekommen, zu sagen, wir stellen das Geldsystem um von Golddeckung auf Volksbürgschaft. Und von dort weg sind alle Geburtsurkunden sogenannte Bürgschaften und deswegen heißen wir Bürger. Und wir müssen die Staatsschulden, die unsere Regierungen eingehen und unsere Kinder immer zahlen. Das hat er erkannt. So, nachdem er die britische, nachdem er die Bank of England schon unter Kontrolle gehabt hat, er war auch in China und in anderen Ländern von den Goldminen die Biers, was ich nicht, ob sie Dupont, es ist völlig wurscht, welche Konzerne sie heute anschauen. Im Endeffekt gibt es knapp 150 Konzerne, bei denen darüber eigentlich im Überbau nur mehr die Zentralbanken sind, in die alles Geld zusammenläuft. Und das, was die Frau Knorek oder die Gudrun vorhin erzählt hat, hat eine ganz historische Bedeutung. Nämlich jene, dass am 11. Juli 2013 der Papst Franziskus etwas unterschrieben hat, was der Josef Ratzinger hätte unterschreiben sollen. Es aber nicht mehr dazu gekommen ist. Und das war auch in der Kirche geplant, weil man wollte einen Deutschen haben, aus historischen Gründen. Und zwar deswegen, weil der Bismarck der Erste war, der seinerzeit mit dem Pius IX diese Regelung aufheben wollte, dass eigentlich durch die Volksbürgschaft eine Sklavenschaft entsteht. Eine Sklavenschaft gegenüber dem übergeordneten Bankensystem. Das heißt, die Zentralbanken, die den ganzen Regierungen immer wieder neue Schulden eingegangen sind, standen eigentlich immer nur vor der Aufgabe, Krisenherde zu schaffen, damit die Regierungen wieder neue Schulden aufnehmen mussten, um die Rüstung zu finanzieren. Wenn Sie sich das von damals bis heute weg durchrechnen und Sie schauen sich die Budgets an von allen 19 NATO-Mitgliedern, dann hat mehr als die Hälfte vom gesamten Militärbudget trocktes Pentagon. Und das wird bezahlt von der Federal Reserve. Die kriegt dort das Geld her. Warum? Weil immer mehr Staatsanleihen, für die die Bürger bürgen, in die Kasse der Zentralbank fließen. Gold ist ja keine Gelddeckung mehr. Aber das wollte ich jetzt gleich vorlesen, weil es hat ja jemanden gegeben, der diese Idee gehabt hat und das war der Edward Mendel House und das war ein Mann vom Rothschild. Und der hat in dem Jahr, also ein Jahr nach dem Beschluss des neuen amerikanischen Zentralbankgesetzes ein Buch, so wie ich, unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und da schreibt er Folgendes. Das hat er dann auch an den Woodrow Wilson geschickt. Da schreibt er Folgendes. Schon bald werden alle Amerikaner verpflichtet sein, ihr biologisches Element, sich und ihre Kinder, in einem nationalen Überwachungssystem registrieren zu lassen, welches auf Basis des alten Kant-Systems funktioniert. Durch diese Methodik können wir die Leute zwingen, sich unserer Agenda zu unterwerfen und zu bürgen für die Deckung unseres Papiergelds zu machen. Anstelle der Golddeckung. Jeder Amerikaner wird gezwungen sein, sich registrieren zu lassen oder aber darunter leiden können, keinen Job zu bekommen und erwerbsfähig zu bleiben. Sie werden unser Pfandbesitz sein. Und wir werden das Pfandrecht an ihnen für immer behalten. Durch Anwendung des allgemeinen Handelsrechts unter dem System der abgesicherten Bestandsbewegung. Das geht noch weiter. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Was haben die gemacht? Die sind auch aus einer Notsituation überhaupt auf dieses Konzept gekommen. Warum? Weil die ersten Handelsreisenden wie der Marco Polo, der im 15. Jahrhundert von Italien über die Seidenstraßen hinüber nach Asien marschiert ist, der hat das Problem gehabt. Es war damals nicht so, dass man sich im Flieger setzt und in 5 Stunden da ist und dann wieder druck fliegt. Die Handelsleute hatten damals das Problem, dass in ihrer Abwesenheit in dem Land, wo sie Handelsbeziehungen eingegangen sind, mussten sie stellvertretende Personen hinterlassen. Das waren dann Firmen. Und so sind juristische Personen entstanden. Und plötzlich gab es dann Aufteilungen in Stiftungen, in natürliche Personen. sie ist die Urkunde, sie ist eine Person, aber sie ist kein Mensch. Und aus dieser Not heraus, der Handelsleute zusätzlich, jetzt neben der Not, die der britische König gehabt hat, ein System von juristischen Personen zu errichten, hat dazu geführt, dass wir Firmen haben, die entweder den Namen des Eigentümers tragen, oder einen fremden Namen. Also wenn wir heute die größte Investmentbank der Welt hernehmen, wie aber Jacob Henry Schiff hat Goldman Sachs gegründet und der Schiff war ein Verwandter vom Rothschild. Das heißt, dieses Konzept, Leute nach vorne zu schieben als Treuhänder, die dann wiederum juristische Personen gründen, die unter einem anderen Namen agieren, das kennen wir von einem Grasser mit seinen Stiftungen und von den Maisbürger mit was war meine Leistung und von die Hochhäckers und von diese ganzen Leute. Die arbeiten überall nur mit Treuhändern und überall nur mit Stiftungen und mit Offshore und Briefkastenfirmen und jetzt kommt noch ein Aspekt dazu. Sie alle wissen, dass wir im Zivilrecht in einem Zivilrechtsprozess eigentlich gar nichts sagen dürfen. Wir haben dort nur das Recht zu Antworten auf Fragen. Warum? Weil der Anwalt unsere Person vertritt, unsere Geburtsurkunde und das kann nur er. Also es kommen so merkwürdige Verwicklungen und Verwebungen die mit diesem Thema zusammenhängen und jetzt einen Höhepunkt gehabt haben vor über einem Jahr und das war der 11. Juli 2013 als der Papst Franziskus das gemacht hat was der Ratzinger hätte machen sollen nämlich einen apostolischen Brief zu veröffentlichen. Nachdem man dem Ratzinger dann aber einige Morddrohungen geschickt hat musste der aus der Öffentlichkeit verschwinden zurücktreten und der Franziskus hat es dann gemacht und dieses apostolische Schreiben ist ein sogenanntes motu proprio das nennt man so weil es aus eigenen Beweggründen erfolgt dieses Schreiben dieses apostolische Schreiben hat mit Wirkung von 1. September 2013 die Immunität aller Richter aller Gerichte aller Regierungen aller Staaten und Anwälte auch aufgehoben dieses System das 300 Jahre lang funktioniert hat wo man die Leute aufgrund ihrer Geburtsurkunde in eine Bürgschaft verwickelt hat hat die Kirche letztlich mitgetragen warum weil sie historisch immer auch ein Pfandrecht hatte auf unsere Seele das liegt aber weiter zurück das geht ins 12. Jahrhundert wir müssen uns vorstellen dass wir auf einem Konstrukt leben und auch unseren Pflichten nachgehen das eigentlich ein Parallel Konstrukt war das mit dem was wir sind und was wir waren relativ wenig zu tun hat aber dass wir alle in dem Irrglauben waren in diesem Konstrukt zu leben und diese Verpflichtungen zu haben hat dazu geführt dass wir und das war für mich interessant dass die Dania das vorhin angesprochen hat hat dazu geführt dass wir eigentlich heute in einer Pathokratie leben was ist eine Pathokratie das ist eine Herrschaft von Kranken warum wer nicht krank wird wenn er sich die Wortmeldungen der Politiker anhört oder die Kommentare egal ob es jetzt irgendwelche Präsidenten von Kammern von Bünden von Tründen sind und es ist wurscht ob sie sich die Merkel den Rasmussen oder gehen es weiter zurück oder den Schröder anhören oder den Kohl oder den Wranitzki es ist egal welche Partei an der Regierung sitzt weil die die dahinter der Regierung sagen was sie zu tun haben sind die 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 bis nach Brüssel und bis zu Wallstead hinüber gehen es ist eine Raiffeisen die einen Spinder lecker und einem Bröll sagt was er im Interview zu sagen hat die haben die Kontrolle das heißt dieses Verhältnis das wir sehen ist genauso jetzt sage ich aber nicht dass die das kriminell sind im Gegenteil ich bestaune und bewundere dieses Konstrukt weil es letztlich auf eine Weltregierung von drei Regionen hinaus läuft und wir stellen weil der Rothschild hat kein Interesse an Amerika der Rothschild hat nur das Interesse an Amerika indem er versucht aufzuteilen in einzelne Bundesstaaten wie macht er das indem er den Dollar ruiniert das ist Amerika dazugehört aber weil Amerika hat eine amerikanische Union das ist die NAFTA mit Kanada und Mexiko Europa hat eine Europäische Union und dann haben wir die Pazifische Union die Pazifische ist Neuseeland Australien die noch dazugehören Hawaii gehört sowieso zu den USA das heißt der Rothschild hat folgendes vor diese amerikanische Union mit der europäischen Union zu verschmelzen weil diese Krisenherde und diese Destabilisierungen die da mit dem Euro herbeigerufen werden sind ja auch letztlich auf diese Gruppe zurückzuführen weil die sind im Juni 2010 haben die Bilderberger Sitzung in Athen dann bekannt geben dass sie pleite sind es hat alles irgendwo einen Zusammenhang und dieser Zusammenhang besteht darin dass es eben diesen Herrschaften gelungen ist ein System zu installieren dass unsere Politiker und unsere Regierungen denen wir vertrauen denen wir zuhören die wir wählen die wir gut heißen uns vor laufenden Kameras zum Narben halten indem sie uns in die Bürgschaft hinein Theater ohne uns zu sagen dass wir eigentlich eine freie Wahl hätten ob wir dazu stehen oder nicht stehen und deswegen gibt es auch viele Freemans oder Souveräne die aus diesem Grund eben keine Steuern mehr bezahlen so wie es Joe Kreisel erzählt hat man muss sich vorstellen dass Details über diese historische Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert warum das so ist können sie im zweiten und im dritten Teil von Bankster Club nachlesen aber den Rothschilds ist es gelungen über Generationen bis zum heutigen Tage immer mehr Nationen unter ihre Kontrolle zu bringen indem sie sie in Schulden hineinteatern und daran erkennen wir das Geschäftsmodell einer Bank das Geschäftsmodell einer Bank besteht darin Kredite zu vergeben weil wenn sie die nicht vergeben würde hätte sie ja keine Einnahmequelle Zinseinnahmen sind ja ihre Haupterlös Quelle das bedeutet das Geschäftsmodell einer Zentralbank besteht darin Staaten in immer mehr Schulden zu treiben jetzt frage ich euch schaut euch die Schuldenentwicklung die Staatsschuldenentwicklung an haben wir in den letzten 70 Jahren seit dem zweiten Weltkrieg wie viele Perioden hatten wir wo wir Budgetdefizit erwirtschaftet haben ok jetzt hören wir aber seit Jahrzehnten und seit Jahren Erklärungen aber wir werden schon schaffen und nächstes Jahr und die Nulldefizit und das Nulldefizit Matra völlig wurscht es geht nicht nur wissen sie wenn man über Jahre und Jahrzehnte in diesem Glauben gehalten wird und unsere Kinder wachsen jetzt auf und leben eigentlich schon mit dem dass sie Schulden zahlen müssten also die kommen mit 30.000 Euro Schulden auf die Welt ja da müssen wir doch da müssen wir uns ja es ist ja so pro Kopf da müssen wir uns die Frage stellen na wie dum sind wir wie dumm bin ich dass ich das so widerspruchslos anerkenne und mich dem unterwerfe und wie dumm bin ich wenn ich eigentlich drauf komme dass diese kleine Gruppe wo die NATO drinnen steckt und das ist alles auf die Rothschild zurückzuführen weil die Rothschilds haben auch den Roundtable gegründet und diese Roundtable war ja die eigentlich ist die Mutterorganisation von den Bilderbergern und unter den Bilderbergern haben es dann die Freimaurer und wer weiß dass der Rothschild im Jahr 1770 in Bayern ja auch die Illuminati mit den damals neuen Freimaurern gegründet hat der weiß auch dass die Freimaurer nichts anderes sind als eine Superorganisation der Bilderberger wo halt unsere Landeshauptleute Anwälte Vorstände Manager oder sonst irgendwelche Leute drinnen sitzen die A dieses Konstrukt Trostteils kennen oder kennen müssen sage ich jetzt einmal und B und deswegen wandern ja so wenige von denen vor den Kadi und B dass sie uns letztlich in einen anderen Glauben versetzen weil es ist wurscht ob der schwarz oder rot ist es gibt eine große Partei und das ist die Rothschildpartei und die ist über übergeordnet über 30 oder 40 Nationen weil die versorgt uns mit Geld seit über 250 Jahren und sich das vorzustellen ist ja tut weh aber man ist erstaunt und man muss dieses Konstrukt bewundern weil so viele Menschen über so viele Generationen zum Nahrung zu halten muss wehtun ich wollte nur ich wollte es eigentlich zur Einstimmung ich wollte euch ein paar Zeitungsartikel zeigen die vielleicht da ganz gut thematisch hinpassen Frankfurter Allgemeine der Krieg der Banken gegen das Volk ja was soll ich dazu noch sagen ich nehme jetzt nur die Headlines der Anführer von 500 Millionen Bürgern sagt wenn es ernst wird muss man lügen es sind aber noch mehr ehrlich schau es sind noch mehr ehrlich da schaue ich nachher zurück na die lasse ich jetzt weg die liebe die liebe Verfekte die Budget Fiction schau die sind auch ehrlich die Frau Lagarde ist ja auch eine Rothschild die ist auch ehrlich die können dann nachher sagen wir haben die Bürger eh gewarnt aber wir alle wissen dass wenn wir morgen alle vor der Bank stehen und das Geld haben wollen wir es nicht kriegen das wissen wir auch also müssen wir uns die Frage stellen was haben die dahinter zu verbergen aber ich wollte die da noch was vorher zeigen nämlich das das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen die der Rothschild ja gemacht hat weil er festgestellt hat dass eigentlich seine ganze Finanzierungspolitik von den Großmächten Europas und dann von Amerika immer dazu geführt hat dass die Staaten alle irgendwann einmal pleite sind und wir haben ja das Aufblühen des Faschismus ist ja auch darauf zurückzuführen gewesen weil die Menschen einfach in den 20er Jahren verarmt waren und nur mehr Schulden für den Ersten Weltkrieg bezahlen mussten ja und wer weiß dass die Verträge egal ob von Saint-Germain oder von Versailles dass die Rothschild Leute eingefädelt haben der kann sich natürlich auch eine Vorstellung davon machen weil die Schulden sind ja geblieben und die Deutschen haben ja ihre Schulden aus dem Ersten Weltkrieg ja über 60 Jahre hätte es ursprünglich dauern sollen aber es hat dann bis 1989 oder ich glaube sogar länger dauert oder ja also der kann sich eine Vorstellung davon machen dass wir eigentlich tatsächlich in einer Sklavenschaft sind in einer Bürgschaft weil wir müssen arbeiten wir haben nämlich gar keine Alternative zu sagen ich will aus dem System austreten wo ich Geld verdienen muss ich möchte ein anderes Leben leben wo ich nicht Geld verdienen muss weil dem Rothschild ist es ja dann auch gelungen zu sagen wir machen Freunde Wirtschaftskammern die nehmen uns dann die Kammerumlung weg die anderen nehmen uns das weg für den Müll die nehmen uns das weg für die Steuer die nehmen uns das weg für Gewerbe es sind überall Institutionen die uns belagern und wir werden überall nur bedroht mit Strafzahlungen mit Gebührenzahlungen mit Erhöhungen mit Inflation das heißt ich verstehe die Tanja dass sie sagt oder dass sie auch vermeint da ist eine größere Nachfrage in Zukunft was Leute geben wird die irgendwann einmal depressiv werden die ein Burnout haben die den Stress nicht mehr ertragen können aber nicht erklären können warum das so ist es ist deswegen so weil wir als Bürger in der Bürgschaft stehen mit unserer Geburtsurkunde und das hat der Papst voriges Jahr aufgehoben indem er die Immunität dieser Leute aufgehoben hat durch seinen apostolischen Brief was war die Reaktion was glaubt ihr am 1. September wo dieses Gesetz in Kraft getreten ist nach dem kanonischen Recht weil er hat ja auch die Kurie zum Teil aufgelöst was hat der Ben Bernanke gemacht der Chef von der amerikanischen Zentralbank seinen Rücktritt bekannt gegeben also da bestehen Zusammenhänge nur ist diese Konfrontation zwischen der Kirche also zwischen dem Vatikan und zwischen den Rothschilds die geht ja weit zurück und warum der Franziskus auch beschlossen hat die IOR also die Vatikanbank Institutione der Operatione aller Religione glaube ich nicht so ja sie heißt so tatsächlich IOR ist die Vatikanbank aufzulösen hat einen ganz simplen Grund die Vatikangeschäfte hat seit dem Jahr 1832 der Rothschild gemacht also ohne dass wir es wissen vor den Augen der Öffentlichkeit hat unser Papst ein Dekret unterschrieben nicht versiegelt ein Dekret unterschrieben das in jeder Zeitung stehen müsste das tut es aber deswegen nicht weil der Jacob Schiff also der Schwager vom Rothschild zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja auch die Idee gehabt hat mit dem John Piemont Morgan ja die J.B. Morgan Investmentbank zu gründen und die J.B. Morgan Investmentbank hat eine andere Aufgabe gehabt als die Goldman Sachs weil die Goldman Sachs hat die Aufgabe gehabt die Zentralbank die Europäische Zentralbank zu gründen deswegen ist jeder Zentralbankdirektor in der EZB kommt von der Goldman Sachs ja die J.B. Morgan hat eine andere Aufgabe gehabt die hat die Aufgabe gehabt mit dem gedruckten Geld vom Rothschild alle großen Medien aufzukaufen um eine Reichweite von mindestens da haben Studien gemacht von mindestens 78 bis 82% zu erhalten das bedeutet wenn ich so ein Modell aufbaue muss ich natürlich auch die Medien unter meiner Kontrolle haben mit der ich die Masse entsprechend informiere oder nicht informiere und die J.B. Morgan hatte nur eine Aufgabe von der Washington Post über die Times angefangen die ganzen großen amerikanischen Medien zu kaufen und in weiterer Aufgabe dann in Europa den Spiegel zu errichten und der Spiegel wird ja heute im Endeffekt geleitet von der CIA die Bild-Zeitung und alle diese alle diese Boulevardzeitungen zu errichten um eine Masse ständig in einem Glauben zu halten ja das ist ja faszinierend und es ist deswegen faszinierend weil er draufgekommen ist dass dadurch dass die Staaten alle insolvent werden und irgendwann einmal aufgeben weil du den Kampf gegen den Zins nicht gewinnen kannst das funktioniert nicht also zu glauben dass man einen Kredit über mehrere Generationen mit Zinsen abzahlen kann auf Dauer ist völliger Humbug weil Sie müssen sich ungefähr vorstellen wenn ich Ihnen jetzt eine Tomatenpflanze einen Keim gebe und sage ich gebe dir nur eine Fläche von 20 Quadratzentimetern wo du diese Pflanze anpflanzen kannst dann müsste ich von Ihnen verlangen können dass Sie in 100 Jahren aus dieser Fläche mit Ihrer einen Pflanze ungefähr zwei Tonnen Tomaten in einem Jahr ernten müssten um den Zinseffekt aus dieser geringen Fläche abdecken zu können das geht nicht und weil er draufgekommen ist dass die Staaten deswegen alle in Insolvenz gegangen sind hat er sich vorhin das gedacht naja am Staat kann ich nichts wegnehmen den kann ich nicht pfänden da kann ich nicht reinmarschieren mit meinem Militär weil dann das kriege das bedeutet ich muss die Staaten in Republiken und diese Republiken in Firmen umwandeln und dann passieren solche Sachen dass in den 90er Jahren in ganz Europa in ganz Europa im Zuge dieser Globalisierungswelle und diesen ersten Privatisierungsschub wenn Sie sich erinnern die 90er Jahre die Telekom hat man privatisiert bei uns die Post hat man privatisiert dann die Föst ist an die Börse gegangen die Verstaatlichte ist aufgelöst worden diese Privatisierungswelle hat dann dazu geführt dass man sogenannte Sell and Lease Back Verträge macht das sind tausendseitige Verträge tausendseitige Verträge von großen amerikanischen Konzernen da haben unsere Gemeinden begonnen und zwar alle unsere Liegenschaften unsere U-Bahnen unsere Universitäten unsere Schulen die öffentlichen Einrichtungen zu verkaufen und dann zurückzuleisen das haben sie auch deswegen gemacht damit sie sich eine Umsatzsteuer holen können oder eine Vorsteuer und das hat man in jeder österreichischen Gemeinde gemacht und auch in jeder europäischen in den deutschen das war ein Privatisierungsprozess der sich vom Rotschild ausgedacht worden ist weil er sich gesagt hat na wie bringe ich das Betriebsvermögen eines Unternehmens unter meine Kontrolle so entstanden solche Verträge ich weiß ich erzähle euch ich erzähle euch das jetzt so locker und so leicht runter es versetzt dann vielleicht ein bisschen Schrecken wenn man sich ja vorstellt na welche Vorsätze haben denn diese Menschen naja ich will ja nicht sagen dass der uns alle umbringen will aber ich will nur sagen der will uns einfach der will uns das Recht das Leben geben aber nur unter der Bedingung wenn wir in seinem Geldsystem arbeiten und deswegen steuern wir jetzt auf das Chip-Zeitalter zu weil dann können wir nicht mehr flüchten da müssen wir nach Russland oder irgendwo anders hin wo es dieses Chip-System nicht gibt also diesen Hintergedanken dass aus der Erfahrung mit 230 Staatsinsolvenzen das Beste es ist aus den Republiken aus den Nationen Unternehmen zu machen wo man dort das Betriebsvermögen dann einverleibt führt dazu dass das gesamte Besitz auch Land weil was steht in dem Chip-Vertrag drinnen dort soll ja das Wasser privatisiert werden und dann soll es sogar so eingerichtet werden dass wenn ein amerikanischer Konzern wie Monsanto wenn er nicht das Recht bekommt in unserem Land seine Produkte zu vertreiben dass das dann plötzlich auf ein Schiedsgericht übertragen wird ja wo welche Leute werden denn dort sitzen also was wir erleben ist seit Jahrzehnten ein Theater das darauf hinausläuft dass unsere Nationen zusammengeführt werden sollen ein Wirtschaftsraum eine Währung eine Weltregierung und eine Weltpolizei fragen Sie Polizisten die die heute in Italien oder in Griechenland oder irgendwo diese Kurse besuchen unsere inländisch unsere österreichischen Polizisten diese Kurse besuchen von diesen Europol-Gruppen und von diesen internationalen Polizeigruppen das hat einen ganz simplen Zweck weil unsere Leute werden dann in Griechenland in Italien oder in Dänemark eingesetzt und deren Leute werden bei uns eingesetzt wenn die Bürger auf die Straße gehen der hat zu uns ja keinen Kontakt zu uns der spricht nicht unsere Sprache das ist kein Nachbar da haben wir also wir werden weniger Aussichten haben auf die Erlebnisse wenn wir sagen wir wollen das nicht mehr wie wir es in Ägypten gehabt haben wo die Leute auf den Straßen mit den Generälen mit den Offizieren verhandelt haben und die dann plötzlich Menschlichkeit entwickelt haben also diese Weltregierung die da aufgebaut wird hat diese Ursache und das Konzept ist recht simpel und deswegen haben wir heute Staaten als Firmen Gerichte als Firmen Polizeien als Firmen die letztlich in Zukunft nichts mehr anderes zu tun haben als über Strafen und über Gebühren sich selbst zu refinanzieren und der Staat genauso allerdings wir bürgen für den Staat und unsere Geburtsurkunde liegt dafür beim internationalen Währungsfonds und der hat die Bürgschaft dafür der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegeben also so funktioniert das und deswegen werden wir immer in Verschuldungen hineinteatert und deswegen wird uns ein Bröll nie die Wahrheit darüber sagen warum so aber schauen wir uns da ein bisschen weiter weil diese Lagarde ist ja sowieso eine ganz lustige weil gegen die laufen ja auch Ermittlungen wegen Beihilfe zur Fälschung und Beihilfe zu Veruntragen öffentlicher Gelder also ich weiß ja nicht wie lange das jetzt her ist seit man in Salzburg damals mit der ehemaligen Landeshauptfrau die dann zurücktreten musste das Theater gehabt haben ist ja ein paar Jahre her wo waren ja 300 oder 400 Millionen die da verzockt worden sind über irgendwelche Terminkontrakte glaube ich wir haben dieses Problem in jedem Bundesland das brauche ich Ihnen eh nicht weiter erzählen und das hat auch Gründe weil es sind öffentliche Gelder und es ist Geld des Volkes und alles was das Volk nicht hat macht das Volk schwächer das ist das Konzept von einem Rotschild also wenn wir diese Sachen so lesen wie der deutsche Bankchef war und viele deutsche Sparer werden Vermögen verlieren da muss man sich die Frage stellen warum macht er das auf der einen Seite ist er dadurch von der Hoffnung her draußen weil diese weil dieser apostolische Brief vom Papst hat ja folgendes zur Konsequenz gehabt rein juristisch dass jeder Richter jeder Polizist jeder Manager jeder Zentralbanker und jedes Regierungsmitglied in Zukunft privat und persönlich haftet für Entscheidungen und für Fehler oder für Unterlassungen die er tätigt deren Immunität ist aufgehoben worden wir leben wir leben in einer in einer in einer epochalen Zeit ohne es zu begreifen weil die Medien haben das ja nicht verbreitet was der Herr Franziskus gemacht hat und man diskutiert ja schon darüber warum man es nicht verbreitet aber das liegt ja daran weil ja letztlich die Banker oder der Bankster Club unsere Medien unter Kontrolle hat ich werde es dann nachher zeigen so das ist eh bekannt weil das war ja der Artikel den ich seiner Zeit dem Herrn Spindelecker im Puls 4 Studio vorgehalten habe und von ihm dann zur Antwort bekommen habe er hat das den Leuten nicht gesagt und auf meine Frage wie sie reagieren sollten wenn ihr euch erinnert hat er dann damals geantwortet und das weiß er nicht weil dass eine EZB und das müsst ihr euch das auch vorstellen am 25. oder am 26. Mai haben wir die EU-Wahl gehabt und ein paar Tage später in der gleichen Woche kommt der Herr Trage auf die Idee das zu veröffentlichen in seinem Finanzstabilitätsbericht ja warum macht er das nicht vorher also man muss sich das alles genau anschauen in welcher Zeitabfolge was passiert und dann stellt man plötzlich Zusammenhänge fest die man eigentlich gar nicht glauben will so das war erst vor einem Monat oder vor einerinhalb Monat na 27.8. das sind unsere Minister das heißt wir haben nicht nur in Österreich das Phänomen das von der Branitzke über den Lazenau angefangen eigentlich alle nur mehr als die Banken die Finanzminister stellen und der Herr Schelling kommt ja von den Volksbanken und zwar deswegen weil man die Volksbanken jetzt retten muss weil sie den Stresstest nicht da blasen haben das hat man schon vorher gemusst also es ergibt ja alles einen Sinn es werden immer mehr Banker die in unsere Regierungspositionen hineinkommen und die dürfen wir dann wählen aber es ist wurscht ob der schwarz, rot oder blau ist es sind alle unter der Kontrolle von denen die hinten stehen das ist ja sowieso einer der größten Vorschläge gewesen es ist ja interessant weil in so einer Phase in der wir derzeit stecken man hat ja festgestellt das ist auch ein Phänomen das seit der Krise seit dem Ausbruch der Krise und Lehman brauchen wir jetzt nicht ich glaube muss ich die Zusammenhänge erklären weil die Lehman-Brüder waren auch gründer der amerikanischen Zentralbank oder ob sie das wissen das hat natürlich auch eine Historie warum gerade Lehman-Brüder sterben musste aber Lehman musste sterben man kann nicht hergehen und sagen wir hatten das Geld nicht weil der Hank Paulson oder der Henry Paulson der damals Finanzminister unter dem Busch war als diese Finanzkrise ausgebrochen ist der kam ja von Goldman Sachs hat vorher Fannie Mae Freddie Mac Gerettet Lehman hat er fallen lassen und einen Tag später rettet er die AIG mit knapp 180 Milliarden also es soll mir keiner sagen dass Lehman Brothers hätte fallen müssen sie sind gefallen weil das Abschreckungspotenzial von einem Big Player ein ganz anderes ist man versetzt die Leute in Angst den Markt in Unruhe das ist immer so sie verdienen als Zentralbanken immer nur dann Geld wenn die Leute viel Geld brauchen um Schäden zu beseitigen und wenn sie Staaten haben dann müssen die Staaten eben die Schäden beseitigen man muss sich dieses Konzept und dieses Geschäftsmodell wirklich einmal vor Augen führen es wundert also nicht dass es Leute gibt die dann fordern und das sind ja mittlerweile viele Hunderte der Professor Hörmann ist zwar nicht der der das so der das so fordert aber er hat nämlich noch etwas mehr dazu wenn ihr ihn kennt er hat ja auch die Lösung deswegen ist das besonders interessant aber um das jetzt vielleicht zusammenzufassen wie dieser Bankster Club funktioniert der die Medien unter seiner Kontrolle hat führt dazu dass wir noch einen weiteren Aspekt ansprechen müssen weil diese Bilderberger was machen die oder sagen wir mal so was hat der Rotschick gemacht gemeinsam mit dem Rockefeller mit dem Carnegie wie die alle heißen die gründen die die stiften Universitäten ja wenn sie Universitäten wie eine LSA also eine London School of Economics oder eine Harvard oder was auch immer stiften was können sie dann machen sie können dort die Leute hineinschicken mit Stipendien die besten Leute die werden dort ausgebildet auf mein Programm eingeschworen und die schicke ich dann nach Goldman Sachs zu J.P. Morgan zu Washington Post zu New York Times und dort sitzen sie dann drinnen so funktioniert das aber das Problem ist wir haben dort auch Staatsanwälte und Richter die laufen auch durch diese Universitäten und dann passieren Dinge wo sie sich fragen merkwürdig das ist ein Muster ist ein Muster ich würde ein Beispiel sagen weil das vorhin es ist heute na genau die Frau die Isabella Heider-Verteil vom Kreditopferverband hat das vorhin erwähnt ich hatte ich hatte jetzt in den letzten Wochen wieder einige Fälle auf den Tisch bekommen wo ich immer dasselbe Muster gesehen habe und in einem Fall sogar einen Kommentar vom Richter der zuständig war dafür und zwar hat das die Raiffeisen betroffen da geht es um Mittelstandsbetriebe egal ob die jetzt 100, 200 oder 500 Beschäftigte haben die entweder kurz nach einem Management Buyout waren das heißt also dass dort Führungskräfte sich eingekauft haben das Unternehmen übernommen haben und sich über die Bank neu refinanziert haben meistens ist das mit einer Unternehmensreorganisation verbunden also mit einem Turnaround und wenn ich den abgewickelt habe dann kommt die Bank her und sagt super, ich habe sonst jetzt eigentlich den Betrieb saniert den schluck mal jetzt und wisst ihr was da gemacht wird? da werden zuerst Tochtergesellschaften gegründet die heißen so ähnlich und zwei, drei Wochen später wird dann der Konkursantrag gegen das Unternehmen gestellt in dem Kredite fällig gestellt werden wenn dieses Konkursverfahren abgewickelt wird wird das geschluckt durch eine Firma die vorher gegründet worden ist von der Bank, die den Konkursantrag gestellt hat dieses Muster habe ich jetzt mehrfach beobachtet und ich muss feststellen dass das Vorgangsweise sind die ich mit einer gezielten Enteignung vergleiche verstellst euch das bitte vor nehmen wir alle Kredite her die alle österreichischen Banken jetzt bei uns haben und morgen führt die EZB ein neues Evaluierungsverfahren ein wo sagt, eure Kredite die nur ausständig sind strenger bewerten und die Banken müssten die Hälfte aller Kredite fällig stellen und wir würden von keiner anderen meinen bekommen was würde dann passieren? Sie hätten Zandrechte und könnten uns einen ganzen Besitz einverleiben und wenn man jetzt dann noch drauf kommt dass dieser Kredit den sie uns gegeben haben eigentlich nur Buchgeld war also Juralgeld was ich mittlerweile auch schon was ja bewiesen worden ist weil deswegen fordern ja diese Professoren die Einstellung der Geldschöpfung dann kommt man drauf dass die eigentlich mit Luft die Bürger dazu gebracht haben 20 Jahre zu arbeiten und ihr Haus abzubezahlen mit nichts ohne Golddeckung ohne Wert ohne irgendwas ja da fragt man sich schon ob der Rothschild ein Genie ist oder nicht es ist nein ich will es es ist ja auch interessant was ja auch die wenigsten wissen der Davidstern auf der auf der israelischen Fahne ist ja das ist ja das Hausschild vom Rothschild gewesen das war ein roter das war ein roter eigentlich nennt man es Hexagramm ein roter Davidstern deswegen heißt er dann auch Rothschild weil vorher hat er ja Bauer geheißen ich bin ja auch bekannt dafür dass ich meinen Namen so gerne ändere vielleicht löse ich das einmal auf warum ich das mache weil dieses Spielchen mit diesem Strohmann das kann man ja auch umgekehrt spielen ich war jetzt stehen geblieben genau beim Davidstern ist ja auf dem Rothschild sein Mist gewachsen dass der auf die Flagge kommt von der israelischen Nation ist ja sein Hauszeichen gewesen deswegen ist Israel auch mehr oder minder seine, sagen wir mal so, Heimat ja eigentlich sein Hausstaat und die Mossad gehört auch hin also glauben sie es mir es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr man weiß genau warum der Kennedy gestorben ist und man weiß genau wer das eingefädelt hat man weiß auch warum der Lincoln gestorben ist der Andrew Garfield war der nächste 1881 der ist auch durch einen Attentat gestorben weil er dasselbe vorhatte gegen einen Andrew Jackson der der erste war 1836 der Amerika Schuldenfrag gemacht hat weil er alle Schulden an den Rothschild zurückbezahlt hat von mehreren Mordanschläge gemacht wurden und wenn Sie an John Lennon hören was er in Imagine singt dann können Sie verstehen warum er solche Leute für solche Lieder umbringt Michael Jackson aber lassen wir das jetzt einmal weg weil das würde zu weit gehen die Medien die Politik und die Justiz unter Kontrolle zu haben bedeutet dass ich dieses Stromanspiel mit der Justiz spielen kann und gleichzeitig mit der Justiz aber auch verhindern kann dass die Leute in den Bankmanagement-Ebenen verfolgt werden weil ein Reifeißen wird für das nicht verfolgt ich stand vor drei Monaten im Landesgericht für Strafsache in Graz bei einem Richter durch Zufall weil mich ein Bekannter angerufen hat der mir gesagt hat du der möchte mit dir reden weil der braucht ein paar Insider-Informationen über Briefkastentransaktionen und der hat gerade ja einen Fall in einer Hauptverhandlung wo er da ein paar Inputs braucht und ich war zufällig dort im Haus weil ich was zu tun gehabt habe und bin dann zu ihm weil ich ihn am Gang gesehen habe und wir kennen uns also man kennt mich und ich kenne ihn und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und er hat mich dann reingeholt ins Büro und hat mir gesagt ja ja, er hat diesen Fall gehabt hat ihn jetzt aber schon abgeschlossen aber was ihn wundert ist warum der ganze Aufsichtsrat und warum der Vorstand noch nicht da ist dann sage ich zu ihm warum ja weil der müsste da sein und er wartet aber er ist zu allem bereit aber wenn die Staatsanwaltschaft nichts macht dann macht sie nichts jetzt kriege ich dann aber ein paar Tage später von einer Akademikerin eine Sachverhaltsdarstellung hereingespielt über ca. 15 Seiten gerichtet an den Bundeskanzler Finanzminister Wirtschaftsminister Bundespräsidenten unglaublicher Fall Raiffeisen Geldwäsche wo die gleiche Staatsanwaltschaft entschieden hat dass der nicht verfolgt wird und ich entdecke dann plötzlich dass diese Staatsanwaltschaft auch in anderen Fällen Bankmanager nicht verfolgt das wird niedergelegt und niedergeschlagen und im gleichen Zeitraum kriege ich einen Brief von einem ehemaligen Ermittler aus dem BMI der dort 15 Jahre tätig war und die Aufgabe gehabt hat in der Hypo in einer Sondereinrichtung Sonderorganisation nachdem sie verstaatlicht worden ist war ja die Finanzprokuratur zuständig dafür und die Finanzprokuratur das ist damals in den Verträgen ausbedungen worden hatte die Aufgabe zurückzuverfolgen wo eigentlich die Milliarden hin sind und der schreibt mir im Juli oder im August ein langes E-Mail wo er sich unbedingt mit mir treffen möchte und über ein Problem sprechen möchte und ich habe ihn gefragt was das für ein Problem war wir haben uns danach getroffen zweimal und er hat gesagt er versteht es nicht er hat 80 Anzeigen gemacht die Medien verbreiten es nicht und zwar gegen sehr prominente Leute und die Staatsanwaltschaft hat er gesagt tut nichts weiter also sehe ich und dieses Phänomen ist aber nicht nur in Österreich dieses Phänomen haben sie in Deutschland nur in Deutschland haben sie das in einer zehnfachen Größenordnung dieses Phänomen haben sie in anderen Ländern auch das heißt dieses Konzept vom Rothschild ist völlig nationenunabhängig völlig volksunabhängig rassenunabhängig es hat damit überhaupt nichts zu tun es ist ein System das auf eine Weltregierung ausgerichtet ist wo es darum geht die wichtigsten Apparate in einem Staat unter der Kontrolle zu haben das ist das ganz Entscheidende sonst hätte eben das nicht so gelingen können so und da haben sie ein Beispiel mit der Reifersen Niederösterreich über welche Zeitungsverlage Kurier, Printmedien völlig wurscht auch an der APA die aus der Presseagentur die Reifersen beteiligt ist ja deswegen lesen sie auch Geschichten über die Reifersen sehr selten und wenn sie es lesen sind sie nicht unbedingt so negativ dass man sich die Sorgen macht die man eigentlich haben müsste hat ja was hat ja was es tut uns weh ich weiß es tut uns weh aber wenn wir uns vor Augen führen dass ein Spindeläger mir deswegen in drei Minuten auf zwei konkrete Fragen keine Antwort geben kann dann können wir das darauf zurückzuführen dass diese Leute ständig in einem Zwiespalt stecken müssen was sie uns erzählen dass wir hier als Öffentlichkeit hören dürfen und was aber dahinter im Hintergrund diskutiert, besprochen wird oder abgewickelt wird das ist ja das ist ja nicht ohne die stehen unter einem permanenten Druck und wo der Papst jetzt deren Immunität aufgehoben hat wird der Druck natürlich noch größer und dass diese Geschichten mit diesen Polizeiverkehrskontrollen dann auch so enden dass ich das letzte Mal bei mir ist es manchmal so dass ich fahre mit mehreren Autos einmal mit einem deutschen Kennzeichen dann mit einem slowakischen dann mit diesem und mit jenem aber das letzte Mal als ich von einer Rückreise vom Vortrag aus München zurück nach Österreich gekommen bin habe ich mir erlaubt die Enztalstrecke also von Radstadt bis nach Lietzen als meine wie das offene Meer anzusehen und bin relativ flott gefahren und zwar über doppelte Sperrlinien ich habe Überholverbot überholt ich bin 170 aber ich bin auf Sicht gefahren entschuldigen Sie bitte aber ich war unter extremen Zeitdruck na gut ich habe natürlich nicht gesehen dass mir in der Zwischenzeit ein motorisierter Exekutivbeamter entgegengekommen ist er ist irgendwann einmal dann hinter mir auftaucht hat mich dann runtergeholt mit Blaulicht ich bin natürlich hundertmal entschuldig ich habe gesagt ich weiß es nicht ich habe nicht genau geschaut ich war so beschäftigt mit dem jedenfalls ich habe dann verhandeln können mit dem wo ich normalerweise 1000 Euro zahlen muss und mir man mir für zwei Monate möglicherweise den Führerschein wegnimmt bin ich mit 75 Euro durchgekommen der stellt mir dann durch seinen Beleg aus ich habe mich dann nachher gefragt ob die Provisionen dafür kassieren weil es ist ja durchaus ökonomisch zu sagen besser ich kann es hier gleich das gleich nicht wie über einen Spatz in der Hand als die Daumen am Tag also ich laufe dem drei Jahre lang im Verwaltungsverfahren nach über alle möglichen Instanzen erwischen eh nicht weil ein auswendiges Kennzeichen fährt und dann muss ich verzichten drauf weil die Straf nach drei Jahren höher erwischt laut Verwaltungsgesetz das ist durchaus ökonomisch das ergibt aber alles einen Sinn dass mir in dem Zusammenhang viele Dinge passieren das zeige ich dann jetzt dann noch abschließend aber wenn wir so über Israel reden und über diese Geschichten mit wie funktioniert der Zentralbank und was ist ihr Geschäftsmodell dann kommen wir eigentlich drauf dass der ganze europäische Kontinent umzingelt ist von der NATO und nicht nur das sondern auch von lauter Krisenherden völlig wurscht ob sie da von Nordafrika umgehen Palästina auf die Ukraine und jetzt mit Russland das heißt wir sind eigentlich umzingelt von Krisenherden da sagen wir warum streiten wir so viel ist die EU ständig im Krieg weil die Leute kommen ja zu uns die Flüchtlinge die destabilisieren ja Europa ja warum machen die das weil der Rothschild den Euro zerbrechen will der will uns destabilisieren damit er den Euro mit dem Dollar zusammenführen kann weil dann haben wir auch Währung dann hängen wir alle an der Währung und an dem Chip so wie es die Schweden schon tun und wie es einige amerikanische Bundesstaaten auch tun also wir haben es da mit einer mit einer Dimension zu tun von Leuten die gar nicht so viel sind aber die einen Plan vor sehr langer Zeit ausgeheckt haben der wirklich großartig ist und die haben unsere Medien so unter Kontrolle dass ich ein Schreiben einmal kriege von einem Facebook Freund wo mehr oder minder und zwar ein Schreiben vom Springer Verlag an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern also in der ehemaligen DDR wo die schreiben nur für dieses Bundesland dass sie vom Land beauftragt worden sind Blocker einzusetzen in dem Fall 640 auf Werkfahrtagsbasis deren Aufgabe darin besteht Textinformationen im Netz zu verbreiten um die Bürger falsch zu informieren über diese Konfrontation die sich da jetzt durchspielst zwischen Russland und zwischen der NATO also das sind Ereignisse wo ich mir sage wie können wir das verhindern wir können es der hat es versucht der hat es versucht ich will jetzt nicht mehr näher auf dieses Thema eingehen aber ich habe einen Nationalratsabgeordneten in einem Sexaugengespräch gefragt und wir sind dann auf eine folgende Besonderheit drauf gekommen und haben gesagt ich habe mich daran erinnert weil man hat über den Haider immer gesagt dass er alkoholisiert war und zu schnell gefahren jetzt ach so das bin ja schon ich das wollte ich jetzt man hat mir von einer sehr nahestehenden Person von ihm habe ich dann einige Protokolle vom Rotkreuz wie das damals abgeaufen ist von Minute zu Minute wer war und wo ein Unfallort eingetroffen ist welcher Notarzt welcher Obduktionsarzt und es ging dort beispielsweise um vier Adresse die gemacht worden sind und davon haben drei keine Alkoholisierung festgestellt und man weiß mittlerweile auch man hat sich einen Bericht vom VW-Werk in Wolfsburg die haben zwei Gutachten gemacht die haben gesagt es ist völlig unmöglich dass dieses Auto das war ein Feton so aussieht nach diesem Unfall wie das beschrieben ist aber Tatsache ist man hat auch dort Unterlagen gefunden im Auto die sind aber dann verschwunden ich weiß das deswegen weil ein italienischer Journalist wo man ja nachher ist ja das BMI ausgerückt und hat strengst das Verbot gegeben ein Journalist Fotos gemacht hat und zwar von vorher bevor es verboten war und man hat auch verboten diese Fotos zu verkaufen ich habe davon einige gesehen also es sind Dinge die plötzlich auftauchen wo ich mir als durchschnittlich begabter Mensch von normaler Verstandestätigkeit sage das stimmt das passt für mich nicht zusammen das ergibt einfach keinen Sinn ich bin jetzt deswegen nicht verrückt oder geistig unzurehnungsfähig sondern ich kann ganz einfach sagen es ist nicht schlüssig jetzt kann ich sagen ja aber was gibt es da für eine Erklärung und da haben wir gesessen dann ist dieser Nationalfabgeordn Ex und ich und ich habe ihm gesagt du wüsstest wo sind wir jetzt auf das und auf das aufmerksam machen und fällt mir auch eins auf weil wenn es so ist dass der Heiler tatsächlich alkoholisiert war und wegen überhöhter Geschwindigkeit gestorben ist dann verstehe ich die Aussage von unserem Bundespräsidenten Fischer jetzt die am selben Tag also ein paar Stunden nach diesem Unfall um 8 Uhr oder um 9 Uhr ist er bei Samstag gefahren ich habe es im Radio gehört ist mir aufgefallen gesagt und ich habe es im Internet jetzt nachgelesen vor ein paar Wochen ist es tatsächlich so der Fischer hat gesagt ich hätte mir nicht gedacht dass so etwas in Österreich möglich ist können Sie es noch lesen steht im Internet alkoholisierter wegen überhöhter Geschwindigkeit oder in Unfall stirbt was ist da unmöglich also das hätte ich mir auch nicht gedacht sicherlich stellt man sich das immer wieder vor aber wissen Sie wenn Sie wenn Sie in die Situation gedrängt werden aufgrund merkwürdiger Verhaltensweisen von Landeshauptleuten von Aufsichtsräten von Generaldirektoren von Bankmanagern und einfach eine natürliche völlig normale Reaktion erwarten wenn Sie den anschreiben dass der irgendeine Antwort darauf gibt und Sie erleben dass da Null kommt Null nämlich nicht einmal eine Wortmeldung keine Rückantwort gar nichts dann fangen Sie an darüber nachzudenken ob die etwas zu verbergen haben so nachdem die Gelegenheit von mir bekommen haben ich habe ein Buch geschrieben das ist der erste Teil von Benchster der zweite ist auch schon fertig er ist jetzt nur in der Druckphase und wird bis Ende November ausgegiffert aber wenn man sich das vorstellt ich bin dann hergegangen und habe meine Erlebnisse da hineingeschrieben in dieses Buch was ich mit diesen Banken so in dieser Zeit vom letzten Jahr im Winter bis heuer im Frühjahr gemacht habe und dafür wird man dann verfolgt da werden dann Beugehaft-Anträge gestellt und man wird dann im Internet denunziert diffamiert man wird als Betrüger hingestellt als dieses als jenes das gehört aber zu diesem Konzept das FBI war bei meinem Chauffeur das glaubt man nicht ich habe heute das ist so eine Marotte von mir die ich seit dem Jahr 2001 habe ich will jetzt nicht näher auf die eingehen aber ich habe mir die ganzen Gesprächsprotokolle die ich auch mit meinem Chauffeur hatte angeschaut und ich bin plötzlich darauf gekommen dass das wahr ist oder dann schickte mir irgendwann einmal jemand einen vertraulichen E-Mail-Verkehr über sieben Seiten wo jemand der bei der Cobra war sich darüber äußert was mir passieren wird da fragen sich wirklich in was für einer Welt leben Sie und ich kann Ihnen sagen in welcher Sie leben in der gleichen wie vor 500 Jahren in der gleichen na was mache ich ich widerspreche nur dem allgegenwärtigen Glauben an den Wert des Geldes das mache ich ich sage der Wert dieses Geldes ist so nichts wert und die Tatsache dass wir überall bürgen und überall zahlen und arbeiten müssen kann doch kein lebenswertes Leben darstellen und das mit dem übereinstimmt was man uns in den Statuten der Menschenrechtskonvention oder in unserem Grundgesetz in der Verfassung verspricht nämlich ein Recht auf Freiheit Unabhängigkeit und Glückseligkeit und dann müssen wir uns aber darüber den Kopf zerbrechen wie viel Burnout Kranke das wir haben welchen Stress wir ausgesetzt sind und dass wir eigentlich nur schuften die ganze Zeit wir rennen nur um die zu bedienen also das ist eine sehr unangenehme Erfahrung gewesen jeder erkennt die gut drum wo ist denn jetzt weg müsst ihr euch vorstellen die haben mir innerhalb eines Monats ich habe fünf Server deswegen sind es insgesamt ein oder acht ich glaube es waren 17 oder 18 Klagen innerhalb eines Monats das muss man sich vorstellen mit was für mit was für Institutionen wir es da zu tun haben und dann komme ich drauf dass diese Leute die haben uns ja auch verfolgt die haben uns ja auch verfolgt deswegen hatte ich auch eine Zeit lang meinen Personenschutz im Einsatz die sind ja mit mir immer mit zwei drei Autos mitgefahren ich bin ja dann immer wieder umgestiegen auf Autobahnstationen oder in tief Garagen steigt man dann um damit der nicht weiß ob man dann dort noch drinnen ist weil die wollten mich ja wirklich dingfest machen beugehaft verhängen und nicht nur meine Aussagen zurücknehmen sondern mich mehr oder weniger beugen deswegen heißt es ja beugehaft aber die haben mich ja verfolgen lassen ich hatte Verfolgungsjagden in der Nacht über Bauernhöfe wo sie mich nach Veranstaltungen mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Leuten verfolgt haben jetzt müsst ihr euch vorhin das vorstellen wir wollten klären oder die haben es eigentlich selbst gemacht warum macht man sowas weil die haben 4500 Euro ausgegeben für diese Observanten die mich verfolgt und beschattet haben wisst ihr was die Erklärung war die haben gesagt naja wir haben das Buch bestellt Bankster Club im Internet und wir haben es aber nicht erhalten und deswegen mussten wir Detektive beauftragen die auf die Veranstaltung fahren und dort das Buch kaufen das steht wörtlich drinnen und jetzt sage ich Ihnen eines wenn alle Banker so arbeiten dass sie für ein Buch das 25 Euro kostet vier Detektive und zwei Autos um 4.500 Euro rausschicken dann wundert mich nicht dass die alle pleite sind das sind nur Fotos die wir dann gemacht haben in der Nacht beispielsweise von den Leuten weil wenn sie mit drei Autos unterwegs sind dann fahren 300 Meter hinter ihnen fährt einer und 300 Meter vor ihnen das ist so weil die beobachten dann was ist vorher und was ist hinterher deswegen passiert es mir auch manchmal dass ich etwas zu schnell fahre weil ich ja gleichzeitig auch wenn ich alleine unter welchem X bin prüfe wer mich verfolgt weil sie müssen ja mein Tempo aufnehmen also da haben sie da haben sie den E-Mail Verkehr na den SMS Verkehr mitten in der Nacht wo ich einigen Leuten in einem 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 geschrieben habe was dass ich verfolgt werde ich habe da etwas ganz bewusst gemacht und ich freue mich auch schon auf diese auf die Klärung dieser Frage wenn ich endlich einmal mich mit diesen Herrschaften dann auseinandersetzen kann weil ich habe derzeit noch keine Zeit was da wirklich passiert ist aber das muss man sich vorstellen eine Minderheit ist in der Lage uns unter Kontrolle zu halten und plötzlich fallen einem diese diese Zitate von einem Jefferson von einem Washington von einem Lindbergh von einem Lincoln von einem Kennedy plötzlich ergibt es einen Sinn es ergibt plötzlich einen Sinn und die Tatsache dass wir seit den 60er Jahren niemanden mehr hatten der gegen diese amerikanische Zentralbank und die dahinterstehenden Leute ein eine eine Alternative angeboten hatte der Bobby Kennedy war der Letzte der das im 68er noch wollte aber wir wissen was dem dann passiert ist weil der ist ja dann auch bei dem Arten-Tatum-Stremen gekommen da muss man sich vorstellen mit was für einer Organisation wir es da zu tun haben weil die reichen von ganz oben bis zu einer kleinen Sparkasse die 0,3% der Bilanzsumme hat mit ihren 14 Milliarden gegenüber der US-Zentralbank aber die arbeiteten auch gleich und die arbeiten auch so wie eine RAF-Essen da werden Betriebe ruiniert die Leute enteignet die sitzen auf der Straße mit ihren Kindern und der Betriebkörperbank der Mägde-Frau ist ein Beispiel völlig richtig völlig richtig und den bewundere ich weil er erinnert mich an einen Ritter wie vor 300 oder 400 Jahren der unbeugsam kämpft und er ist nicht der Einzige glauben Sie mir wer der Peter Mägde-Frau die Rokko GSM-BH war das ja jetzt habe ich länger geredet als wo ich eigentlich geplant war ich hoffe die Zeit war kurz für euch wie soll ich es denn sagen ich habe es mir so angewöhnt oder ich bin so ausgebildet worden einen Vortrag meistens mit dir in einem Zitat zu beenden ich möchte gerne den Witz erzählen den ich schon mal erzählt habe jetzt aber nicht den von der Pressekonferenz wo ich gesagt habe kommen Sie zu uns Sie haben das Geld und wir die Erfahrung und in sechs Monaten haben wir das Geld und Sie die Erfahrung sondern 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 einen anderen Witz weil der nämlich gerade zum Thema passt da kommt der Kali von der Schule nach Hause und erzählt dem Papa dass er heute die Demokratie durchgemacht hat aber er hat es nicht so richtig verstanden weil da gibt es schon drei Kräfte die Judikative Legislative Exekutive aber das hat er nicht so richtig durchschaut weil in dem Alter hat man noch kein Latein und hat dem Papa gefragt du Papa kannst du mir das erklären wie das läuft in einer Demokratie und der Papa sagt du Kali das ist ganz einfach aber es sind mehr Kräfte als nur drei eine Demokratie besteht einmal in erster Linie wenn wir es jetzt mit unserer Familie vergleichen ist das jetzt das Pentagon oder die NSA meinst du es und der Vater sagt zum Kali weißt du die Demokratie besteht eigentlich aus fünf Bausteinen wenn man das mit unserer Familie jetzt vergleicht nämlich das erste die erste Kraft in einer Demokratie das ist das Kapital und das bin ich die zweite Kraft in einer Demokratie das ist die Regierung und das ist in dem Fall jetzt da die Mama die dritte Kraft in der Demokratie ist die Justiz sagen wir jetzt ganz einfach das ist der Opa die vierte Kraft in einer Demokratie ist das Volk oder die sagen wir die Arbeiterklasse sagen wir einfach das ist jetzt die Rosa unser Kindermädchen du bist das Volk und dein Bruder der sechs Monate alte Peter der ist die Zukunft so Kali ist begeistert Kapital Regierung Arbeiterklasse Justiz Volk ok er geht liegen in der Nacht wird er aufgeweckt weil sein kleiner Bruder neben ihm im Glitterbett liegt mit seinen sechs Monaten und die Hosen voll und schreit der Kali wacht auf steht auf und will den Papa und die Mama suchen und hört aus dem Zimmer im Vorraum wo die Rosa drin schläft das laut ist schaut er rein und sieht wie der Papa mit der Rosa seine Liebelei macht und beobachtet aber auch wie der Opa dabei zuschaut hinter dem Vorraum geht aus ich will zur Mama rennen die Mama liegt im Bett und schläft und grunzt legt er sie wieder hin und denkt ok offenbar funktioniert das da daheim so in der Früh steht er auf und kommt mit dem Papa beim Frühstück wieder ins Gespräch und sagt du Papa ich hab jetzt kapiert wie das mit der Demokratie läuft ach so sagt er ja das ist ich war aber etwas erschrocken ja warum naja also ich bin in der Nacht aufgewacht weil der Peter in die Hose geschissen hat aber was ist passiert ich stehe auf und sehe ich wie das Kapital die Arbeiterklasse vergewaltigt die Justiz schaut dabei zu hinterm Vorhang die Regierung schläft im Bett das Volk wird ignoriert und die Zukunft liegt in der Scheiße so also in diesem Sinne das Volk Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020